Ja, hey meine Nerds, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts. Ja, in der letzten Folge hat jemand uns angesprochen, der aus einer Rennung Welt kam und wir suchen immer noch den letzten Pilz. Und ich würde sagen, nehmen wir los. Und den Pilz ist ätzend, weil er ist in dieser Höhle, wo der Stein vor ist, den wir nicht bewegen können. Aber wir werden jetzt erstmal einen Bericht erstatten, dass wir jemanden gesehen haben. Und hoffentlich dann irgendwas erreichen. Was ist? Äh, immer noch. Äh, nein, ich passe. So, gehen wir mal da lang wieder. Aufpassen vor dem Brett. Und hier. So, hier hat sich keiner der Weg aufgetan. Wer fährt so mal die Leiter hoch? Hoch. Ja, manchmal ist die Steuerung doch echt ezent. So. Ansprechen. Gehen wir schnell, danke. Mal sehen, ein Pilz. Okay. Jetzt sind wir da noch mal hin. Ach Gott, jetzt dürfen wir wieder da hängen. Ich werde echt am überlegen. Warte mal. Warte mal. Gehen wir was kurz gucken. Da war ja die Höhle mit dem Dings. Da war ja die Höhle mit dem Dings. Schwimmbad auch nix, ne? Ach Gott, wie war das nochmal? Ne, das war ja nur... Gehen wir mal nochmal zurück. Mir hätte echt am überlegen. Ich habe keine Lust da nochmal nachzugucken. Aber im Endeffekt wird das dann so enden, dass ich nachgucken muss. Weil ich das total verballert habe. Ach. War das hier vielleicht? Ne, genau. Hier bleibt auch nix. eben hier gucken hier war es auch nicht ach, Edson mein Gott Leute, wisst ihr, warte, ich gucke mal eben ganz kurz nach, wo das nochmal war und melde mich dann sofort zurück, bis gleich okay, ich bin zurück und ich scheinbar echt blöd zu sein wenn ich das echt vergessen habe, dass man den Stein schieben kann naja, egal tut ja nicht weh noch tut es nicht weh ich nehme jetzt aber die Abkürzung über Wasser, ich habe keinen Bock den ganzen Weg da wieder hoch zu springen na, hetzend so, verschiebbar, okay dann schieb mal ja hallo letzter Pilz so, jetzt haben wir alles und drücken wieder die falsche Tasse danke, Sora, ich habe heute auch etwas gefunden hier, das gehört dir ah, sehr schön müde, machen wir für heute Schluss gehen wir nach Hause also morgen ist der große Tag wir sollten uns ausruhen du weißt, Rico hat sich verändert wie meinst du das? tja alles okay? Sora, wir nehmen uns das bloß und hauen ab nur auf wir beide war nur ein Scherz was ist denn in dich gefahren? du bist diejenige, die sich verändert hat vielleicht zuerst hatte ich ein bisschen Angst davor aber jetzt bin ich bereit egal wohin ich gehe oder was ich sehe ich weiß, ich kann jederzeit hierher zurück ja, na klar das ist gut Sora bleib immer wie du bist ich kann es kaum erwarten dort raus zu segeln das wird genial Donald entschuldige, dass ich ohne ein Wort aufgebreche aber es braut sich ein großes Ungemachen zusammen ich weiß nicht wieso aber die Sterne sind einer nach dem anderen verschollen das bedeutet großes Unheil ich verlasse euch ungern aber ich muss der Sache nachgehen es gibt jemanden mit einem Schlüssel dem Schlüssel für unser Überleben du und Kufi müsst ihn finden und bei ihm bleiben also schnell kann ich nicht lesen ohne den Schlüssel sind wir verloren geht zur Stadttraverse und sucht Leon er wird euch den richtigen Weg weisen PS entschuldige entschuldest du mich bei Mimi danke mein Freund liebe Güte was hat das zu bedeuten was bedeutet dass wir dem König vertrauen müssen Donnerwetter ich hoffe ihm ist nichts passiert ich danke euch keine Angst wer finde den König und diese Schlüssel ich danke euch euch beiden und passt auf euch auf ihr beiden und als Chronist eurer Reise wird er euch begleiten hier drüben ich heiße Grille Jiminy Grille zu euren Diensten wir hoffen dass ihr gesund zurückkommt bitte helft dem König schau ab hör mit Donnerwetter Jiminy deine Welt ist auch verschwunden es war schrecklich wir wurden alle getrennt anscheinend bin ich der einzige der sich in dieses Schloss retten konnte so was aus Goofy's Mund tja Schätze wir brauchen neue Klamotten wenn wir da sind hm hm ounce Jetzt dress auf hör mit hier blatt auf hör 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 Oh, wow! Oh, wow! Ich kann's kaum erwarten, dort raus zu segeln. Das wird genial! Ein Sturm? Oh nein, das Floß! Zora, Essen ist fertig, komm runter! Zora? Was ist das? Ricos Boot und Kairis! Ich kann's nicht ausrichten, ne? Stimmt! Einfach laufen! Ja, wir müssen in die Höhle, ne? Genau! Was ist das für eine Tür? Ich muss hier erst Reiko finden. Ach, Gott, ätzend. Da ist er. Haben gefunden! Wo ist Kairi? Ich dachte, sie wär bei dir. Die Tür hat sich geöffnet. Was? Die Tür ist offen, Zora. Wir können jetzt in die Außenwelt. Was redest du da? Wir müssen Kairi finden. Kairi kommt mit uns. Gehen wir einmal durch. Kann es sein, dass es für immer ist. Vielleicht sehen wir unsere Eltern nie wieder. Und es gibt kein Zurück. Es könnte unsere einzige Chance sein. Angst darf uns nicht abhalten. Ich fürchte die Dunkelheit nicht. Riku? Ich bin nicht so gut. Das Schlüsselschwert. Das Schlüsselschwert. Ja, ich weiß es. Dann kann man hier auch noch ein bisschen level. So, jetzt mal hier schön aufsammeln. Ups, das war jetzt nicht geplant. Egal. So, woher hin des Weges. So, weg damit. So, zacky zack. Mal gucken mal hier noch genau. Einfach richtig so viele Gegner wie möglich machen, damit ich hier noch ein bisschen leveln kann. So, da ist ein Gegner. So, da ist ein Gegner. Ich will ja sowieso da zur Tür gehen, dann passt das, ja. So, wenn ruhig so viele Kommi wollen. Nein, ich bin mit Energie, ich habe, ich schläft mich, ich schläft mich, ich schläft mich. Dann gucken mal eben was. Ne. Ne. Statt aus, so. Ah, guck mal, 10 Stück brauchen wir noch. So, kommen noch mehr? Da sind sie drauf. Oh, es ist mehr als Tü, ne? Aber es ist mehr als Tü, ne? Halt! Halt! Okay, nicht! So, unfair! Etwas! Hier stehen sie gerade nicht dahinter Okay, jetzt nur noch einen? Egal! Wir müssen da jetzt auch wieder welche kommen, ja sehr schön, so machen wir mal schön auf. Manchmal ist die Kamera echt fies. So, alles aufsammeln. So, wir müssen hier oben auch noch welche kommen. So, hier soll es noch irgendwas? Kann man hier alles schön aufsammeln. Oder nicht hier noch einer? Hey. Guck, können wir hier noch welche triggern? Glaub aber nicht doch, sehr schön. Dann kommt mal alle hier her. Äh, da soll es nicht stehen angreifen. Mein Gott. So, guck mal hier noch. Ja, da kann man ein bisschen leveln. So. Wir gucken. Wir sind level 4. Wir brauchen nicht mehr viel. So, kommt hier runter. So. 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 So, neun. Neun. Und weckern. So. So neun. Nächstes level ab bei elf. Ok. Versuchen. Versuchen. Mit dem Level auch mal nicht so ganz, aber hier zu kämpfen ist ätzend. Kommt her, wo seid ihr alle? Das hasse ich. Mal wie wir zum Strand gehen und campen. Hier kommen wohl keine mehr. Gehen wir mal eben kurz zum Boot und wir hoffen, dass da auch noch welche getriggert werden. Und dann machen wir sofort weiter. Nee, ich bin erst im Boot. Genau. Sehr schön. Das ist einfach kacke, du blöder Piss. Mann ey. Geh jetzt da hoch. Soll, jetzt verlier ich da oben die ganzen Punkte. Lettelst du jetzt mal da hoch. Dann hab ich jetzt wieder stinksauer. Okay. Geil, kommen noch mal alle wieder, das ist gut. Sehr schön. So, jetzt sind wir bei Level 5. Gehen wir aber auch durch die Türe. Mal eben gucken. Ja. Status. Ja, gut. Und dann gehen wir mal zur Tür. Nee, ich hab keinen Bock mehr zu kämpfen, Leute. Level 5 reicht erstmal. Auf zur Tür. Kairi. Sura. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich muss schon die Energie in Auge behalten. So. 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 Na, mach schon mal. Der Kampf dürfte eigentlich nicht so lange dauern. So. 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 So.